Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es neuen SBC Content, wir haben Mittwoch, es ist kurz nach 19 Uhr und das heißt wir haben heute Team of the Week Nummer 2 am Start, wir werden über den Loading Screen sprechen, denn Road to the Knockout Freunde, da haben wir den neuen Loading Screen am Start und wir werden schon über die einen oder anderen Leaks sprechen, wir gehen rein in die Ziele, wir gehen rein hier in diese SBC, Basis Hero Live Profi Wahl haben wir da am Start Freunde, ihr seht es richtig, eine Leih Hero SBC, über die wir kurz quatschen, ja und bevor wir rein starten Freunde, wir werden kurzer Erinnerung an euch, ihr könnt kurze Liebe da lassen, zerstört ordentlich den Likeband Freunde, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall regelmäßig zuschaut, dann lasst aber auch gerne kostenlosen Abo da, falls ihr komplett neu sein solltet, haben roundabout 60% noch nicht getan, zerstört gerne den Likeband Freunde, damit könnt ihr mich extrem unterstützen, kostenlose Support immer gern gesehen und wir mal gern für den Algorithmus auch einen Kommentar hinterlassen mit eurer Meinung zum heutigen SBC Content und natürlich zum Team of the Week. Bevor wir zu dieser Basis Hero Live Profi Wahl springen, will ich euch direkt schon mal natürlich das Team of the Week zeigen und bin gespannt auf eure Meinung, der Team of the Week Nummer 2 sieht so aus Freunde, wir haben am Start und zwar Terraciano im Tor, wir haben Giao Cancelo, sehr nice, als Rechtssort Träger, Chippy ist am Start, gut, da das Pace, Achtung, nicht so nice, Todibüro haben wir dann in der IV, wir haben Kante im ZDM, wir haben Taliska am Start als ERM, kein CR7, wir haben Saul, wir haben Mitoma am Start, außerdem Kane, ja war klar, genauso wie auch Son, die wieder vereint im Team of the Week Nummer 2, Gonzalo Ramos von PSG, der Stürmer, kein Columani und dann haben wir Palacios von Leverkusen, wir haben David Neres, wir haben Gico, wir haben Taylor von, äh, aus der MLS, äh, aus der MLS, äh, von Inter Miami und Barkid und Whitaker und Wanksgaard ist die Frau in diesem Team of the Week Nummer 2, Freunde, lasst mich gerne auch mal dazu wissen, auf jeden Fall, klar, Kane war auf jeden Fall klar, dass er kommt, Son auch, war definitiv safe und, äh, ja, Mitoma, dazu gleich noch mehr, Freunde, warum das nice ist, dass der daraus ist, gleich mehr dazu. Aber, bevor wir zu dem Rest springen, Freunde, zum Loading, zum Gucker gehen, kurz zum nächsten Thema und das ist diese SPC, Basis Hero Leihprofilwahl, lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was sich EA dabei gedacht hat, das ist eine SPC, die nicht wiederholbar ist, sie ist sechs Tage am Start und wir bekommen eine Auswahl zwischen drei Basis Hero Leihspielern, da können wir uns dann, äh, äh, zwischen, äh, ja, drei entscheiden, für eben eine und ihr seht, das ist eine kleine 24, das heißt natürlich, für 24 Games scheint diese Hero Karte lohnmäßig am Start zu sein, das Ding ist, wir müssen tatsächlich einen 83er gerateten Squad für diese SPC abgeben, könnt ihr euch das vorstellen, 83er, was hat sich EA denn da bitte bei gedacht, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Lone Hero Player Pick, das kannst du keinem erzählen, das kannst du keinem erzählen, also bitte Finger weg von der SPC, weil die ist wirklich absurd schlecht, muss man einfach mal sagen, wie es ist, was EA dabei gedacht hat, ich hab keine Ahnung, was wir aber auch neu am Start haben, ist was mit den Zielen, und zwar im Live-Segment, und zwar haben wir da die themenbezogene Teamjagd, so heißt sie, die ist, Achtung, für zwei Wochen am Start, also auch für die, die quasi erst am Freitag dann offiziell das Spiel in den Läden kaufen, die können auch hier reingehen, und zwar können wir da, ja, in mindestens fünf, müssen wir Serie A Profis in unseren Squad packen und dann drei Partien eben gewinnen, das kannst du dann nochmal mit mindestens fünf Ihre Devise Profis machen, dann noch mit Liga F Spielern und natürlich Silber Profis auch am Start, ja, fünf Stück davon mindestens eben in der Startelf drin haben, Liga F und Ihre Devise, die spielen natürlich darauf an, äh, auf diese, ähm, ja, Foundation-Spieler, die wir gestern und am Sonntag bekommen haben, ähm, genau, aber da können wir auf jeden Fall, ihr seht es, ein Gold-Profi-Pack, ein seltenes 75-Plus-Pack, außerdem am Start noch eins, und dann ein Elektro-Profi-Pack und als Gruppen-Reward, das finde ich relativ nice eigentlich, ein 80x5er-Pack mit 500 Erfahrungspunkte. Wo ihr da jetzt reingeht, Freunde, ist komplett egal, ihr könnt in Squad-Battles auf Heil-Profi gehen, ihr könnt in Rivals gehen, ihr könnt in 4 Champs gehen, das ist komplett egal, Hauptsache ihr gewinnt das Ding, äh, ja, und dann bekommt ihr quasi die Boni-Packs auf jeden Fall einmal von EA. Ja, gehen wir nochmal kurz in den Shop rein, und, äh, falls ihr euch jetzt fragt, äh, warum sind meine FC-Points von 4,6 auf 5,650 gesprungen, das liegt daran, dass wir tatsächlich heute, äh, Playstation Plus neu gekauft haben, und da war eine Aktion am Start mit 1050 FC-Points, die es dazu gab, wenn ich das für die nächsten 5 Monate direkt kaufe, habe ich in dem Fall natürlich gemacht, deshalb haben wir jetzt da auf der Uhr natürlich genau über mir 5.650 FC-Points, also ich habe keine gekauft, Freunde, zumindest nicht direkt im Game, ihr wisst ja Bescheid, da bin ich kein Fan von, aber das habe ich natürlich dann kurz mitgenommen, wie gesagt, benutzt habe ich sie noch nicht, ich will sie ja grundsätzlich für Drafts nutzen, und eben jetzt sie nicht für die Pro-Packs und Co. KG. Okay, so, das ist aber tatsächlich erstmal das, auf jeden Fall, was wir ingame gefunden haben und finden werden, äh, lassen wir uns einmal rüberspringen, und zwar wieder zu dem Screen, da haben wir, wie gesagt, das Team of the Week Nummer 2, was wir uns gleich on Detail nochmal bei Footbin anschauen, vorher will ich mit euch gemeinsam kurz in die SBC-Überblick-Geschichte sprechen, ach, guckt euch das an, okay, kommt auch überhaupt gar nicht, was, schon 3.000, 1.400 Votes fast hier drinnen? ne, heilige Mutter, also, also, ich meine, klar, EA hat natürlich jetzt in den Zielen, äh, was war es, gestern, ne, vorgestern war es, äh, die, die Free-Items quasi gegönnt, ja, die wir quasi freispielen können, aber jetzt eine SBC, eine Lie-Hero-Player-Pick-SBC rauszauhen, für 83er-Graden-Squad, finde ich eher eine Frechheit, also, die Verhältnismäßigkeit stimmt hier nicht, also, die wissen noch, einfach nicht, welchen Tag wir haben, das ist wirklich sehr, sehr weird manchmal, äh, das Game ist noch nicht mal offiziell in den Läden, und EA hat schon solche SBCs raus, also, hier, neue Spieler, oh, wir haben sie gar nicht, haben sie denn, latest Pro, ah, perfekt, okay, hier haben wir sie am Start, also, wen wollen wir sie denn mal anschauen, Freunde, hier wird es auch wieder PSG, und nicht, dass das jetzt so ein PSG-Troll wird, mit, äh, mit Rambaus, gut, könnt ihr mit der, mit dem Land dann sowieso nicht, aber, grundsätzlich so ein bisschen weird, wir gucken uns natürlich, Kane, Son, Cancelo und KT, die vier Top-Karten auf jeden Fall an, Chip, hier brauchen wir uns nicht anschauen, Saul, würde ich mich aber wegen der ZM-Karte interessieren, mit Toma, zeige ich euch gleich, warum der interessant ist, Neres würde ich auch gerne sehen, und Rambaus auch, Todibu auch noch, und den Rest können wir uns dann, glaube ich, sparen, vorher will ich mit euch, und zwar, hier hinspringen, und zwar, zum Loading Screen, der ist nämlich neu am Start, Road to the Knockouts, falls ihr es noch nicht wusstet, Freunde, schon länger bekannt, und zwar, am Freitag geht es eben los, mit der Road to the Knockouts Probe, und da sehen wir schon, das ein oder andere Karten-Design, natürlich haben wir hier die Conference League wieder grün, wir haben die Europa League in orange, wir haben die Champions League hier natürlich in der wunderbaren, äh, blauen Version, und dann haben wir hier, was für eine Version am Start, auf der rechten Seite die blaue, man weiß es nicht, anscheinend auch irgendwas mit Champions League bezogen, konkret wissen wir es noch nicht, auf jeden Fall, das ist der neue Loading Screen, und dann halt eben Europa League grünes hier, für die Conference League, und eben, wie ich schon gesagt, die UEFA Champions League, ähm, Loading Screen ist die Freunde, und das wissen wir jetzt schon, ist leakt, geleakt worden, und zwar, Bruno Fernandes, oder Bruno Fernandes, ähm, als 90er, nicht 100% confirmed, die Stats, die ihr jetzt hier gerade alle seht, bei den Leaks, die sind nicht 100% confirmed, was confirmed ist, ist, dass er auf jeden Fall eine UCL, Road to the Knockout Karte bekommt, vielleicht kurz dazu, nochmal kurze Erklärung, was ist eigentlich diese Road to the Knockout Probo, ja, wie die, äh, wie der Promo-Name schon sozusagen ein bisschen erzählt, und sagt, es geht darum, dass wir nicht Road to the Finals Karten am Start haben, sondern es geht jetzt darum, die Road to the Knockouts, also der Weg in die K.O.-Phase, das heißt, es geht jetzt um die Gruppenphase, ja, äh, die spielen jetzt gerade alle ihre Gruppenspiele, und darum geht es eben, aus der Gruppe rauszukommen, in die Knockouts, ja, also, seit, oder ab dem Zeitpunkt, wo sie in der K.O.-Runde sind, dann zählen diese Upgrades nicht mehr, also die können sich upgraden, wenn sie eben dann sich auch qualifizieren am Ende des Tages für die K.O.-Phase, das ist quasi der, der, die, die Road, die man quasi da geht, Road to the Knockouts, bezogen eben jetzt auf die Gruppenphase, die natürlich aktuell im vollen Gange ist. Genau, das auf jeden Fall, keine Road to the Finals Promo, wo es darum geht, oh, wer schafft es vielleicht ins Finale, ne, das sind unterschiedliche Karten, die Promo wird später im Verlauf noch zu FC 24 natürlich kommen. Bruno Fernandes ist auf jeden Fall die eine Karte, die geleakt ist, die zweite, die schon rausgeleakt ist, ist Ozyman, auch hier wieder gesagt, die Stats noch nicht 100% confirmed, es ist aber confirmed, dass er kommen wird, und zwar ein Ozyman als UCL-Karte, und natürlich, er darf nicht fehlen, ein Haaland natürlich, er kommt auch am Freitag, kann ich mir schon vorstellen, warum, weil natürlich am Freitag, wenn diese Promo natürlich auch startet, er ist Coverstar, da geht eben am Freitag das Ganze los, da kommt es in die Läden am Freitag, und das ist der offizielle, offizielle Release von FC 24, passt also auch da komplett überein, dass er natürlich dann auch seine, in Anführungsstrichen, Promokarte bekommt. Ja, kurze Information auch noch gerade brandneu gelesen, kurz reinbekommen, ich habe keine Push-Up-Nachricht heute gekriegt, hier bei mir, und zwar Champions Finals, ja, Foot Champs, habe ich jetzt die letzten Tage ganz oft in die Kommentaren gelesen, und da haben ganz viele reingeschrieben in die Kommentare, wann startet die Foot Champs-Geschichte, startet die nicht schon dieses Wochenende? Eigentlich wäre es diese Woche Freitag losgegangen, also mit der Zeit von Road to the Knockouts, aber das haben sie jetzt quasi delayed, und zwar startet es jetzt am 6. Oktober. Macht eigentlich auch mal am meisten Sinn, natürlich, weil eben, wie schon eben erwähnt, wie gesagt, am Freitag erst das Game halt eben in die Läden kommt, und wer quasi dann erst am Freitag sich das Game kauft, der kann natürlich nicht einen Tag später direkt in die Weekendig rein starten mit dem Starter-Team, also die haben natürlich dann auch eine Woche Zeit, sich ein ordentliches, ja, Champs-Team quasi zu bilden, also insofern hier, ja, bestätigt von Direct Communication von EA selber, dass es eben am 6. Oktober losgeht. Das wollte ich euch noch wissen lassen, Freunde, und jetzt gehen wir wieder zurück zu Footbin und schauen uns jetzt erstmal hier die ganzen Karten an. Wir fangen mal mit Tordibo an, der, oh, komische Tempo-Aufteilung hat, oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Moment, ist das ein Scherz? Ok, den können wir eigentlich direkt vergessen, ähm, also das heißt vergessen komplett, aber Reaction Stat ist natürlich nicht nice, Dev und Füße ist nice, aber die Tempo-Aufteilung, ich meine, Shadow, Anchor, beim besten Willen, ne, also wenn, dann Shadow, aber ne, ne, gehen wir weiter, nächster, Gonzalo Ramos haben wir, Freunde, 83er geratet, im Team-Auftrung, hat er 2 Sterne, 4 Sterne, sehe ich das richtig? Na, ok, das ist natürlich schon mal nicht so geil mit 2 Sterne, 4 Sterne, äh, können wir also direkt zum nächsten gehen, das ist David Neres, 5 Sterne, 3 Sterne, aha, damit können wir doch schon ein bisschen mehr arbeiten, er am Start mit 3 Pace Upgrade, ähm, hatte er vorher auch schon alles, und dann 3, 3, 4, ja, normales Team-Auftrück-Upgrade, passt alles, interessante Karte auf jeden Fall, dann haben wir Palacios von Leverkusen am Start, auch hier, Tempo, mh, ne, leider nicht so gut, kann ZM, ZOM und ZM-Karte, normales Team-Auftrung-Upgrade, aber definitiv SPC-Futter, Mitoma wird interessant, und jetzt fragt ihr euch, äh, warum ist er denn bitte so teuer? Das liegt einfach daran, dass wir bei Brighton, und das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, Lempty schon in Team-Auftrung- Nummer 1 am Start hatten, das heißt, ihr habt ihr, der ja auch Rechtsverteidiger und Linksverteidiger spielt kann, ihr habt da direkt natürlich einen Brighton-Link am Start, mit Mitoma und eben mit einem Lempty, also das auf jeden Fall keine schlechte Geschichte mit den beiden, und, äh, insofern ist natürlich zum einen, ja, marktmäßig Lempty jetzt gestiegen, klar, er gibt Sinn, und zum anderen Mitoma, dementsprechend natürlich auch teuer, 4-Star, 4-Star, absoluter Win, und der Boost sieht natürlich auch dementsprechend gut aus, und mit 4-Stern, 4-Stern, da bist du halt schon direkt auf der guten Seite, ne? Composure 80, okay, bisschen wenig, 92, Gilti sieht gut aus, ja, und Tempo hat er vor allen Dingen, und das ist halt das Schöne und das Gute, ne? Dann haben wir eine sehr, sehr, oh, ja, eine sehr, sehr well-rounded Karte mit Saul, oh, plus 5, eieiei, Freunde, was ist denn bei ihm los? Ist das ein Feature-Team-Of-The-Week? Hab ich da irgendwas verpasst? Tatsächlich, Freunde, es ist ein Feature-Team-Of-The-Week, jetzt hab ich mich schon gewundert, ey, das ist ja mega gut, Feature-Team-Of-The-Week, 85er, das ist das kleine Sternchen, was ich gesucht hab, boah, also, das ist meine Hausnummer, 7 Sterne, wow, und wir haben wieder eine ZLM-Karte, gut, er kann der linke Außenverteidiger und LM theoretisch auch spielen, aber, in Bezug auf SPC, schon wieder eine zentrale Karte, wir haben gestern Banini bekommen, zentrale Karte, ZM, De Bruyne, ZM-Karte, Madison kann auch zentral spielen, ZM-Karte, theoretisch möglich, ja, also, das ist doch Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn, jetzt ein Feature-Team-Of-The-Week mit Saul, eieieieiei, was macht die mit unseren zentralen Spielern, es geht weiter direkt mit N'Kante, N'Kolo-Kante, interessantes Spielerbild, äh, zwei Sterne, drei Sterne, gut, Tempo, gute Nacht, und halt, weil er schon so high-rated ist, natürlich dementsprechend auch das, in Anführungsstrichen, normale Nicht-Upgrade von einer Karte, Jau-Kanzelo, komm, links wie rechts kann er spielen, bitte, bitte mach jetzt, ah ja, hat sogar hier beide Karten in der Datenbank, perfekt, ne, auch hier alles gleich geblieben, Forster, Forster, oder hat sich da, hat sich bei ihm, ne, zwei Sterne, drei Sterne, da hat sich nichts, hat sich gar nichts getan, Heuminzson, gucken wir uns da mal an, es ist immer schwer, in den ersten Wochen mit dem Team of the Weeks, Freunde, das ist schwierig, da kannst du auch relativ schnell dann was richtig falsch machen, und jetzt bin ich gespannt auf Kane, 70 Pace, das ist ein reines Team of the Weeks Upgrade, gut, was haben wir erwartet, Freunde, das war klar, es war klar, 94 Schuss jetzt am Start, ja, einfach nice, die, was die beiden wieder am Start sind, die beiden Ex-Tottenham-Spieler sozusagen, oder Zoll ist es ja immer noch, aber die beiden Teamkollegen sozusagen von damals jetzt zusammen mit Team of the Weeks 2, ist irgendwie eine geile Geschichte, feiere ich, Jau-Kanzelo auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, KT freut man sich, glaube ich, nach wie vor auch einfach aus Nostalgiegründen ihn einfach zu ziehen, wobei man natürlich jetzt sagen muss, ja, die Zeiten sind vorbei, leider, die Zeiten sind leider vorbei, Saul würde ich auf jeden Fall auch noch auf die Liste schreiben, wow, da bin ich extrem von überrascht, und Mitoma auf jeden Fall auch auf die Liste, definitiv, also die vier, Heuminson, Harry Kane, Mitoma und Saul, da könnt ihr euch auf jeden Fall direkt freuen, wenn ihr einen von den ziehen solltet, ja, und kannst du auf jeden Fall auch natürlich noch mit rein in der Liste, Taliska, leider gekommen, kein CR7, war auch klar, dass er nicht direkt kommt, auch ein ordentliches Upgrade, 4 plus 6 plus 3 teilweise, vier Sterne, vier Sterne, die kann man auch brauchen als Brasilianer, easy linkbar, sehr, sehr gut, und ein weiterer Brasilianer mit Neres, ja theoretisch am Start, und hier haben wir sogar auch Lempty in der beliebten Kategorie. Ja, Freunde, also, das ist der heutige Mittwoch, Team of the Week war klar, Road to the Knockout haben wir besprochen, und ja, jetzt könnt ihr auf den Markt gehen und mal gucken, ob ihr den einen oder anderen kauft, ich würde noch davon abraten, auf jeden Fall, lasst mich gerne eure Meinung wissen, zu der Lone Hero Geschichte, macht ihr die, macht ihr sie nicht, falls ihr aber jetzt noch was machen wollt, dann könnt ihr gerne das Video von hier abchecken, denn da öffnen wir ein 100k-set, ein 50k-set, und zwar in meiner Hybrid League in ASBC, die heute Mittag online gekommen ist, um 12 Uhr, Freunde, und da war auch nicht penglag am Start, verpasst es also nicht, checkt es jetzt gerne ab, viel Spaß dabei, und bis morgen, euer Flo von Ranchi Gaming, ciao Leute!